Jö, dann mal weiter im Text. Mh, ein Assassine, ein Assassine und ein Assassine. Nö. Nö. Ein Hokage, der schnell ist und nicht weggeschubst werden kann. Ein Swellsort, der schnell ist. Und eine Barbarenkönigin. Also Hokage-Verschwendung. Denke ich. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Barbaren und dann spiele ich mit der hier einfach alle Level durch. Weil dadurch, dass sie so, so, so viel Gold hat, äh, Lebensmutter hat, Gold haben wir auch gerade viel, dürfte sie ja nicht alle schaffen. Und damit sie das ein wenig einfacher hat, erhöhen wir die Angriffskraft. Aber vorher das Obligatorische gucken, was der Gero noch zur Vergangenheit gemacht hat. Äh, Schadensreduktion, dafür viel weniger Rüstung. Nö. Und Ruhm haben wir auch noch keine Besseren gefunden. Also wir könnten die Gegner schwerer machen, dann haben wir keinen Dash. Und ich habe ganz gerne Dash. Wir könnten dreifach an dieser Stelle laufen. Ne, schnell laufen will ich nicht. Nö, nö, nö. Also 14.000 wollen wir so erhöhen. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Und die hier unten auch einmal vielleicht. Ich würde gerne irgendwas zweimal erhöhen, damit möglichst wenig Gold übrig bleibt. Aber wir haben nichts, was so um die 1.000 kostet. Doch da, dann bräuchten wir ein zweites, was 1.000 kostet, das haben wir nicht. Okay, dann irgendwas, was möglichst teuer ist. Das werden Lebenspunkte sein. 1.650. 1.700. Ja, komm. So. 380, das passt. Wir haben 525 Lebenspunkte. Das heißt, wir werden definitiv von hinten nach vorne das Schloss aufräumen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Hölle und gucken, dann erst mal, wie viel Schläge wir von den Gegnern brauchen. Wenn das nämlich zu viel ist, was gut sein könnte, dann räumen wir und wir bahnen doch nicht ganz auf. Aber das ist jedenfalls der Plan. Dann macht es mal das Schwierige. Dann Lebenspunkte fahren mit dem Leichten und dann gucken wir weiter. Oh. Das war interessant. Ich glaube, ich hätte einfach stehen bleiben können. So, Hölle. 1. 2 Schläge. Das ist mehr als vertretbar. Oh. Das Rest ist allerdings nicht so gut. Vor allem die ganzen Geschosse nicht. Oh. Nee, 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 nee. Oh. Weg, 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 weg. So, ganz ruhig. Ein Auge nacheinander. Weg. Boah. Zack. So. Wir werden gleich ganz lange im ersten Lied fahren müssen. Also, Lebenspunkte fahren. Oh. Die ganzen kleinen Muselfiecher. Nicht anstürmen, doofes Ding. So, kaputt, kaputt, kaputt. Ah. Das war wohl mit der garstigste Raum, den die Hölle uns gleich am Anfang hätte entgegenkmeißen können. Aber wir haben es geschafft und Lebenspunkte sehen auch okay aus. Aber ja, wenn wir einen Hokage gespielt hätten, dann hätten wir jetzt Argeprobleme gehabt, denke ich. Und ja, ich weiß, was ich gerade eben vor 10 Sekunden gesagt habe mit 1. Etage hier zwischen Farmen. Aber gucken wir mal auf. Bist du ein Axtwerf-Clown? Nö. Du bist ein Dolchwerf-Clown. Den mag ich nicht. Halliopp. So. Zurück zum Hauptraum und vom Hauptraum aus links. Hallo, du zweimal. Was zur Hölle? Hast du uns einfach rausgeschmissen? Da. Da. Quatsch. Oh. Genau. Warum nicht? Lass den Armhelden einfach so in den Raum reinputzeln, wo, wenn er nichts macht, er einfach stirbt. Ja. Das kenne ich so auch noch nicht. Aber okay, wir sollten echt ... Wir sollten erst mal echt gucken, was hier ist, damit wir so viele Spiele nicht nochmal machen müssen. Und da kommt nur ein Hokage. Wow, wow, wow. Wow, okay. Jetzt aber zurück in den Hauptraum, zurück in den ersten Bereich. dann ein bisschen tothauen, zerstören und was auch immer. Den können wir später weitergucken. So, kaputt. Das ist doch gleich viel entspannter. Ja, dich nehmen wir noch mit. Ah, 30 Gold. Haben oder nicht haben. Oh. Und diese Savant-Eigenschaft, die kann auch ganz schön praktisch sein. Also, wenn wir bei so einem Sonderraum sind, wo man zu den Kisten nur hinkommt, wenn man alle Gegner tötet und die Gegner recht krumm stehen. Ähm, als Savant kann man ja einfach alle Spells jetzt einmal durchcyclen. Man muss nur genug mal haben. Sip. So, 2000 Gold, Lebenspunkte sind meh. Geht so. A, B, A, B, Wollte ich das sagen, aber hier sind schön viele leichte Gegner. Vorher habe ich den Zommel nicht ordentlich getroffen. Nee. Mein Random Teleporter? Nö. Lass mal. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Sackgasse mit kleiner Tunnel hier unten drunter für die Zwerge wenn sie nicht über die Stachel springen müssen auch nicht schlecht und ein leerer Raum ja das läuft ja gerade gar nicht so toll einfach so in die Geschosse reingelaufen und in eine Stahlkugel die ja doch dezent größer als die meisten Geschosse Keinen springen wo das krieg ich nicht hin du bist leer ist das schön von jeder Münze jetzt 15 Gold zu bekommen also ja diese eine Investition hat sich tierisch ausgezahlt also es war zwar 10.000 oder was die letzte Stufe glaube ich aber oh da ist ein Secret Schwing Skyrone ich will Vampir ruhen verdammt mindestens noch zwei Stück es würde das ganze Lebenspunkte sammeln hier ein wenig beschleunigen oh hey was ist die Hölle geh weg so elende Cheetah Magier kaputt Hühnchen ein Erschließungskommandoraum genau hätt ich für runter so so oben ging es zum Meierbereich das heißt erste Etage geht nur noch an eine Ecke weiter und die wäre hier genau schwing oh naja du was was oh da war gleich der nächste der mich hauen wollte äh na gut oh so kann man natürlich auch machen aber das war nicht der Plan oh 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 komm schon viel zu viele grüne Plattformen ein Bosskampf auf diesen grünen Plattformen wäre mal richtig übel wenn es später neue Bosse geben sollte ich hoffe immer noch drauf dass die Jungs die das Spiel gemacht haben während ich spreche jetzt gerade schon an einer Fortsetzung oder einem Addon arbeiten das Spiel ist aber noch geil oh 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 das wäre auch genau das Richtige für die dann könnten sie noch ein bisschen mehr Geld verdienen könnten ein paar mehr Leute anstellen und noch mehr coole Spiel machen und schwing schwing oh ein Raum voller 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 Gegner dann muss ich mich auch ein bisschen gut anstellen dann kriege ich auch meine Lebenspunkte zurück so alle Magie hat mich schon gut so jetzt hat der Raum nur dafür gesorgt dass wir plus minus null rauskommen sehr schön danke Raum aber zwischendurch haben wir jetzt ein paar Hühnchen eingesammelt und da die ja prozentual Lebenspunkte geben hat das ganz schön geholfen so da wäre noch ein Hühnchen hier wäre der Wald wollen wir den Wald nein wir wollen nicht den Wald wir wollen jetzt einen wirklichen 100% Run machen also abgesehen von irgendwelchen Secreträumen wo wir in bestimmten Klassen reinkommen aber ich will in jedem Raum einmal mindestens gewesen sein und alle für mich tötet und alle für mich tötbaren Gegner und alle für mich tötet haben oh keine schwing schwing 3500 das reicht für einmal Angriff, Kraft und Gedöns ist jetzt nicht so viel äh hinter dem Fragezeichen Raum geht es noch weiter da ist eine ganz schöne Ecke weg hm wow können wir noch ein wenig mutwillige Zerstörung betreiben warum kann man die Bücherregale eigentlich zerhauen ich meine wenn man Kronleuchter zerhaut und Kerzenstände, Stühle, Tische oder was weiß ich warum keine Bücherregale hm so ein großer Raum kling ganze Magian oh du bist so ein Muffelduffel oh ah 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 aber du warst nicht so ein großer Muffelduffel dass du eine Kiste gibst ne diese Kistengeber die haben immer einen eigenen Raum das passt schon so 4044 wir nähern uns der Stufe, wo wir zweimal Angriffskonten erhöhen könnten wobei ich echt auf Crit und Crit Chance auch mal umweichen sollte aber ja erste Etage offiziell gecleared jeder Raum ist abgedeckt alles gemacht ok random Teleporter teleportier mich immerhin ich dachte schon ich teleporte mich jetzt in die Mitte von diesem Raum das wäre auch nicht schlecht gewesen äh 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 ja den rechten Raum lass ich erstmal oh oh ey ganz ruhig gut du bist ein oh 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 Freibaldschlucker so Morgenstern ja zwei Augen oh oh so mhm aber ein Waldwurm wird deportiert ja ist der nächste logische Schritt Lebenspunkte sehen ok aus oh bist du ein ja bist du Gucken wir was für lustige Zauersprüche wir noch bekommen im Laufe dieses Kampfes oh wir haben ja keine Mana mehr na gut dann halt nicht ich glaube bei dem Boss würde sich auch lohnen wenn man so ein größerer Charakter wäre damit das Schwert mehr erwischt aber gut äh Armon Crease plus 2 ähm ja Lebenspunkte sehen jetzt nicht mehr ganz so toll aus aber noch vertrittbar alle Gegner besiegen ja genau hier meine ich das dass das klappen könnte also das mit dem Servant ausnutzen das heißt wir waah laufen schreien weg wir machen hier die Statue kaputt mit Mana wir machen da die Statue kaputt mit Mana und so weiter und so weiter bis alle Mana statt kaputt sind und wir genug Mana haben die da ist noch und oben zum Maya liegen und achso hier haben wir schon und wenn wir dann genug Mana haben dann hoffen wir einfach dass wir den richtigen Spruch bekommen wobei der Typ ist unter uns das heißt die einzige richtige Stelle der einzige richtige Spruch wäre die Axt glaube ich und ich tobe noch ein bisschen kurz hier im Maya Bereich rum weil ich Mana bekommen will ah das wollte ich noch aufheben sollen oh oh au das ist gemein Rückschubs Leute und Stacheln um die sind sind fühlt du Vielen Dank.